17,50 Euro. So viel muss monatlich für den Rundfunkbeitrag früher GEZ gezahlt werden. Es gibt kaum einen unbeliebteren Beitrag unter den Bürgern. Deswegen kam der eine oder andere auf die Idee, diesen Rundfunkbeitrag doch einfach Cash und in Bar zu zahlen. Ein Heidenaufwand für den Beitragsservice, wie ihr euch vorstellen könnt. Und der hessische Rundfunk sagt, nee, 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 das geht hier nicht. Guckt mal in unsere Beitragssatzung. Bei uns kann der Rundfunkbeitrag nur überwiesen werden oder per Lastschrift abgeholt werden. Dieser Streit um die Frage, ob man den Rundfunkbeitrag in Bar zahlen kann. Denn Euronoten sind ja schließlich das gesetzliche Zahlungsmittel, landete vor dem Europäischen Gerichtshof. Und der hat heute entschieden, wie die Sache ausgegangen ist und ob ihr bald einfach zu eurem Beitragsservice hinrennen könnt und die 17,50 Euro in Cash abliefern könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gern ein Abonnement für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Wir haben viel über Corona und Recht in den letzten Tagen und Wochen gesprochen. Jetzt mal etwas vom Europäischen Gerichtshof aus einer ganz anderen Richtung. Und es geht um den Rundfunkbeitrag. Und dieser Rundfunkbeitrag, der ist dem Journalisten Norbert Hering ein Dorn im Auge. Er ist Wirtschaftsjournalist und hat ein Verfahren geführt, mit dem er nachweisen oder beweisen will, dass es auch möglich sein muss, diesen Rundfunkbeitrag im Bar zu zahlen. Er kämpft nun seit 2015 dafür. Aber es ist sozusagen nach eigener Aussage von ihm nicht seine Intention, den Beitragsservice zu ärgern, sondern er möchte gerne die Fragestellung klären, ob das Bargeld erhalten werden kann. Und der Beitragsservice hat jetzt einfach nur Pech gehabt, dass sie dort eben die Gegner von Norbert Hering und ich meine noch einem zweiten Kläger hier sind. Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten, wie ihr eure Knete an den Beitragsservice übermitteln könnt. Das ist insbesondere die Einzugsermächtigung und die Überweisung. Und der Hessische Rundfunk, der hat eine Rundfunkbeitragssatzung. Und da steht drin, die Barzahlung ist ausgeschlossen. Kein Wunder, es gibt 50 Millionen Menschen, die entsprechend so einen Rundfunkbeitrag zahlen müssen. Und da wäre es doch etwas unpraktisch, denkt sich die Behörde, wenn die alle jeden Monat angetapert kommen, 17,50 Euro zahlen und wir da ganz viele Zahlstellen aufmachen müssen. Aber so einfach ist das nicht. Denn wir haben den Paragraf 14 des Bundesbankgesetzes. Und da steht drin, dass auf Euro lautende Banknoten das einzig unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel sind. Also eigentlich ja eindeutig, Paragraf 14 Bundesbankgesetz, das einzige Zahlungsmittel sind Euro-Noten und das ist unbeschränkt. Ja, und das war auch das, worauf sich der Journalist Norbert Herring berufen hat. Er hat also gesagt, hier steht es drin, einzig unbeschränktes Zahlungsmittel müsst ihr akzeptieren. Und ihr könnt das nicht durch irgendeine HR, also Hessischer Rundfunkbeitragssatzung, wieder aushebeln. Naja, und das Ganze ging erstmal hoch bis zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und die Richter haben sich das Ganze angeguckt und haben gesagt, okay, hier müssen wir uns ganz andere Fragen stellen. Wir müssen uns mal schauen, ob überhaupt die Bundesrepublik Deutschland diesen Paragraf 14 Bundesbankgesetz erlassen durfte. Denn die Währungspolitik der Europäischen Union über den Euro, die liegt ja eigentlich bei der EU. Darf dann ein Nationalstaat wie die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch eigene Regelungen dazu aufstellen, wie mit Euro umgegangen werden kann? Das war die erste Frage, die das Bundesverwaltungsgericht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt hat, der darüber heute entschieden hat. Und die zweite Frage war, durfte der Hessische Rundfunk die Bargeldzahlung ablehnen, obwohl auch das geltende EU-Recht sagt, Euro-Banknoten sind das gesetzliche Zahlungsmittel. Also das waren die zwei Fragen, durften wir selber was regeln und wenn wir das nicht selber regeln konnten, geht es nicht sowieso nach EU-Recht. Dazu gab es dann schon ein Plädoyer des Generalanwalts. Das ist sozusagen derjenige, der den Fall schon mal aufbereitet und dem die EU-GH-Richter meistens folgen. Ich hatte dazu im September 2020 hier schon ein Video gemacht. Und der Generalanwalt sagt, ja, das ist tatsächlich so, die deutschen Normen, die sind vermutlich als europarechtswidrig einzustufen, denn diese Normen regeln die Eurozahlungen und das soll etwas sein, was nur auf EU-Ebene geregelt werden kann. Damit fliegt nach Meinung des Generalanwalts das § 14 Bundesbankgesetz raus und wir sind jetzt im Vertrag über die Europäische Union, der geschlossen worden ist. Und da steht drin, Euro-Banknoten sind das gesetzliche Zahlungsmittel. Und jetzt müssen wir uns überlegen, muss damit alles bezahlt werden können? Und da sagte der Generalanwalt, naja, theoretisch ja, aber es gibt zwei Ausnahmen. Erstens, man darf die Barzahlung ausschließen, als Privatautonom ausschließen. Das heißt, wenn ich einen Deal mit einer Tankstelle mache und da steht groß dran, vorher, vor dem Kauf, keine Barzahlung möglich, dann habe ich die ausgeschlossen. Also im Rahmen der Privatautonomie, sagte der Generalanwalt und das ist auch geltende Rechtsprechung schon lange in Deutschland, kann man die Barzahlung ausschließen. Ganz, ganz wichtig, wenn das also außen vorher groß dran steht, kann man die ausschließen. Das ist Nummer eins, weswegen man rumkommt darüber, dass man eben keine Euro-Banknoten akzeptieren muss. Und das zweite, sagte damals der Generalanwalt, dass die einzelnen Mitgliedstaaten mit Rechtsvorschriften auch Regelungen treffen können, wie jetzt ganz genau gezahlt werden kann. Also so viel Spielraum hat damals schon der Generalanwalt auch den Mitgliedstaaten gelassen und damals auch schon festgestellt, ein absolutes Recht auf Bargeldzahlung gibt es nicht. Heute nun das Urteil. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, was im Prinzip über die Zukunft des Bargeldes in Deutschland entschieden hat. Und die Richter haben sich ja schon ziemlich dem Generalanwalt angeschlossen. Sie haben gesagt, dass die Mitgliedstaaten grundsätzlich zur Annahme, also die öffentliche Verwaltung grundsätzlich zur Annahme vom Bargeld verpflichten können. Also Deutschland könnte sagen, die öffentliche Verwaltung muss immer Bargeld annehmen. So weit, so gut. Und jetzt aber das Interessante, ebenso sei es auch zulässig, dass man im nationalen Recht Ausnahmen vorsieht von der Bargeldzahlung. Und genau so eine Ausnahme kann ja das sein, was der Hessische Rundfunk da mit seiner Beitragssatzung aufgestellt hat. Behörden müssen Barzahlungen dann nicht akzeptieren, nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs von heute, wenn das öffentliche Interesse dem entgegensteht. Und das entgegenstehende öffentliche Interesse an einer Barzahlung könnte, nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs, die mit der Barzahlung verbundenen hohen Kosten seien. Und wenn der Rundfunkbeitrag jetzt von 50 Millionen Menschen, wenn es 50 Millionen Beitragszahler gibt, dann kann das einfach verdammt teuer werden. Keine Ahnung, wenn man sagt 17,50 Euro und jedes Mal würde jemand kommen und so eine Abwicklung einer Barzahlung kostet vielleicht 5, 6 Euro, dann hat man da immer, weiß ich nicht, 200 Millionen, 250 Millionen, wenn die alle bar zahlen würden. In Wahrheit waren es, glaube ich, nur sechs Leute, die in Hessen Bar gezahlt haben. Also das Problem ist relativ klein, aber es hat die Gerichte in einem Umfang beschäftigt, wie ich es selten erlebt habe, also bis zum Bundesverwaltungsgericht, zum Europäischen Gerichtshof und jetzt wieder zurück zum Bundesverwaltungsgericht. Denn der EuGH hat gesagt, ja, es ist so, es kann nationale Regelungen geben, die dann entsprechend die Barzahlpflicht wieder einschränken. Und diese Regelungen, die die Barzahlungsmöglichkeiten einschränken, die müssen aber verhältnismäßig sein. Und zwar muss man abwägen, einerseits die hohen Kosten, die eventuell durch das Barzahlen entstehen, und andererseits muss man abwägen, dass die Kunden oder diejenigen, die hier irgendwas bezahlen wollen, manchmal eben kein Bankkonto haben. Und genau diesen Spielball, den hat der Europäische Gerichtshof jetzt ans Bundesverwaltungsgericht zurückgespielt, der muss jetzt checken, ist das, was diese hessische Rundfunkbeitragssatzung da macht, so in Ordnung? Oder ist es eben unverhältnismäßig, wenn man eiskalt sagt, gar keine Barzahlung möglich, entweder Lastschrift oder entsprechend Überweisung? Vermutlich wird das Bundesverwaltungsgericht, aber das werden wir ja sehen, zu dem Ergebnis kommen, dass man sagt, okay, in der Regel muss per Überweisung oder Lastschrift gezahlt werden, hat man kein Konto, kann man auch Barzahlen. So etwas wird es wahrscheinlich sein und dann wäre die Beitragssetzung tatsächlich rechtswidrig. Fakt ist jedenfalls, das Bargeld, das wird uns, glaube ich, noch eine ganze Ecke weiter erhalten bleiben, aber die Bargeldzahlung darf eingeschränkt werden, erstens sowieso im privaten Bereich und zweitens, das war hier die Kernfrage und das Interessante, auch von der öffentlichen Verwaltung, aber nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, ein Stück weit ist das, was der Europäische Gerichtshof da entschieden hat, schon ein Plädoyer für das Bargeld, aber er sieht auch, dass wir keine unverhältnismäßig hohen Kosten auslösen dürfen, nur um zwingend eine Bargeldzahlung zu ermöglichen. Dieser kleine Trick, dieser GEZ-Trick mit der Bargeldzahlung wird also vermutlich in Zukunft, wir warten mal ab, was das Bundesverwaltungsgericht dazu sagt, nur noch klappen, wenn ihr, ja, besonders wenig Geld habt, arm seid oder kein Konto habt, ich schätze mal, dass es darauf hinauslaufen wird. Wir werden das Verfahren selbstverständlich weiter beobachten und machen nochmal ein Update, wenn das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, jetzt aber ein großer Meilenstein, heute vom Europäischen Gerichtshof, deswegen das schnelle Update direkt für euch. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da oder schaut auch noch in diese beiden schönen Videos rein, würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dabei bleibt, morgen gibt es schon das nächste spannende Video für euch. Erstmal danke fürs Zuschauen, tschüss und bis morgen.